Hallo, was geht? Wir zocken jetzt wieder ein bisschen wie Rising und gucken wir einfach mal in Act 2 rein. Tja, heute ist es ein bisschen hart warm, weswegen ich eigentlich gerade die Klimaanlage ablaufen lassen, aber das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also, es hat nicht gut funktioniert, weil die Lautstärke zu laut war. Ja. Oh. Oh. So, haben wir alles abgelegt und können dann jetzt mal gucken gehen. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Vielen Dank. Also wir brauchen Dinge ins Kirchen. Äh, Eisen. Genau. So. Oh. Oh Gott. Da ist Krieg. Ich hoffe, der ignoriert uns. Oh Gott. Nicht gefunden worden. So. Oh Gott. 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 Hm, bisschen was schon mal. Oh. Gott. Okay, so. Okay. 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 Ups, sorry. So. Vincent in der Nähe? Cool. Okay. 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 Okay, so. Okay. Okay, so. Oh. Oh. So. So. Wir sollten eigentlich bald genügend Eisen haben. Halt! Halt! Hah! So, wir holen jetzt noch die Truhe und dann laufen wir zurück. Hm. Hm. Oh Gott. Oh. Oh. Hm. Hm. Oh. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo... Ein bisschen Blut suchen. Hm. Sanguine Regeneration. Oh Gott. Es tut mir leid. Militia Guard, hinter mir! Oh. Oh. Alter. Ausweichen kann ich. I feel a chill coming. I feel a chill coming. Der war nervig. Der konnte einen schönen Einfrieren. Was bekommen wir jetzt eigentlich von dem? So, wir kriegen Gefängnisgerüst und verstärkte Bretter. Nice. Und mit unserem Eisvorrat sollten wir dann auch jetzt eine Gefängniszelle bauen können. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Studierzimmer, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Studierzimmer, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Studierzimmer, okay. Nice. Allerroute, okay. Oh. So, ähm, dann versuchen wir mal. Vier und verstärkte Bluteszenz. Wie viele Herzen haben wir denn? Zwei. Okay. 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 So, welchen Blatt holen wir uns denn jetzt? Was? Den haben wir, müssen wir dann Tristan holen. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Oh Gott. So, äh, haben wir irgendwie noch Geld? Hm, ne, leider nicht. So, schmeißen wir hier noch was rein. Ah, wir könnten ein wenig Gold nehmen. Und Fäden besorgen. Da können wir dann ein bisschen durchdrehen. Das ist ganz gut. Okay, also. Das ist ganz gut. Oh, Found Retreat. Das ist ganz gut. Okay. Das ist ganz gut. Ein Steam Post. Was haben sie denn da rausgehauen? So, da sind interessante Sachen drin. Die will ich mir eigentlich mal durchlesen. So, Foundry. So, willkommen zurück. Another Friday. Okay, 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 okay. What's next? Fixing issue. I can't so far. We are already too hot fixed. So, graphing. Testing branch, okay. Okay. Okay, in den nächsten Wochen und Monaten kommt das nächste Content Update. Testing branch going forward. Going forward. Okay, schade, dass sie hier nicht nochmal so reingeschrieben haben, was sie genau in der Zukunft planen. planen. Ja. Okay. Äh, ich denke mal, dass die... Wenn die die Drohnen hier schon so androhen, dass sie da drüber arbeiten werden. Und... Ja. Ah, das hört sich nice an. So, dann kommen wir wieder zurück. THEM SHIT 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 Oh. Wieso kriegen wir hier nur Papier? Ich will Fäden haben. Wow. Wow. Oh. 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 Okay, wir haben ein paar Fäden. Oh. Wir tragen selber 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 5 Das war's. So, gibt es hier drin noch was? So, gibt es hier drin noch? Äh, Pferderin, was? So, gibt es hier drin noch? 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 Oh Gott. Ein Werwolf? So, gibt es hier drin noch? So, gibt es hier drin noch? Ich bin jetzt hier drin noch? Oh, 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 oh. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Das war anstrengend. So, was fehlt mir denn jetzt noch an Ausrüstung? Schuhe und Handschuhe. Das war anstrengend. 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 So, dann können wir das auch noch wegräumen. Oh. So. So. So, dann können wir noch ein bisschen was in die Arten anbellen. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, den... Oh, verbesserte... Glutessenz. Ja, ich glaube, wir müssen Tristan suchen. Und Glutpresser. Was passiert eigentlich, wenn ich Silbermünzen in die Truhe reinschmeiße? Kriege ich dann was zurück? Keine Gegenstände zum Bergen. Okay, schade. Spieldose. Okay. Altar der Erinnerung. Lagerung. Kleines Lager für Schriftstücke. Hm? Okay. Okay. Das war's. Vielen Dank. Größeren Effekt auf Untote. Bretter. Und Zauber, 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 Frost. Zauber, Zauber, Frost. Nice. Damit hab ich das ja alles verbraten. So, das kann weg, das kann weg. Zauber, Zauber, Frost. Zauber, Zauber, Frost. So, ein bisschen die Ausrüstungsstufe nach oben treiben. Das ist schon mal mega. Ja. Zauber. 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 Die Disco-Wash-A-Doo-Boo Okay. So. Oh. Oh! Oh! Oh Gott! Der hat meinen Eisenlangbogen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Woah Oh Gott Hilfe So, jetzt haben wir Tristan getötet und können endlich große Bluteszenzen herstellen aus einfachen Bluteszenzen. Das heißt, wir brauchen da nicht mehr unbedingt Herzen sammeln, sondern kriegen einfach so welche. Das ist richtig, richtig gut. Gut So, oh. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn überhaupt für ein Upgrade? Ne, ich will ein... Dominanz. Vier verbesserte Bluteszenzen. 200 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 Weil wir haben das Großschwert. Das könnten wir gleich eigentlich auch noch mal testen. Und der hier bietet uns Wollfäden. Kann an einem Webstuhl hergestellt werden. Oh. Roter Strahl. Das habe ich gehört, das soll mega sein. Eisengroßschwert. Heiho. Was geht? Heiho. Jesus. Uzbek Frauen. Ich bin Spitz. Jetzt nehme ich gerne auf. Die sind zu schnittet. Oh. Oh. Cool. Ja, hab ich gesehen. Und, ähm... Nicht, dass ich das im Hintergrund schon direkt offen hatte. Meine große Vermutung ist, dass die sich offensichtlich wahrscheinlich als erstes um die Drohnen kümmern werden. Und, ja. Das hört sich sehr interessant an. Oh, ja. Nee, so ein bisschen. Okay. So, gibt's denn hier... Schade. Also, da steht leider nicht drin, was genau die vorhaben oder ob sie sich jetzt wirklich um die Drohnen kümmern wollen. Ich vermute einfach nur, ähm, da... Die das im Titelbild direkt als erstes Foto hatten, ne? Dass man dann sagen kann, okay, hey. Die wollen sich jetzt auf jeden Fall... ...det ganz angucken. So, und jetzt fehlt hier nur noch Steinziegel und Verbessertes. Ich habe übrigens weitestgehend den Server fertig und ein bisschen was getestet. Nice. Ähm, und... ...was jetzt noch fehlt, ist... ...ne Steam-ID. Und, das war's eigentlich. Ich hab' die Multiplikator halt ein bisschen aufgetrieben. ...dass man da ein bisschen... ...vorankommt. Einfacher. So... ... ... ... ... So. So, was wollte ich machen? Ach, die mir fehlt. Aber eine Sache noch, was ich hier an dem Community Post cool fand. So, Early Access, wo war das? Der Part her, dass sie die Quality of Life Patch als erstes machen, das heißt deswegen das Schiff und dass das auf dem Test Branch schon verfügbar ist. Ähm, ja, also das hört sich sehr interessant an. Auch eine Überlegung da mal rein zu gucken, aber auf dem Server funktioniert das leider nicht. Ja, und dass sie irgendwie in den nächsten zwei bis vier Wochen oder zwei bis Monaten irgendwas machen wollen. Gehe ich auch davon aus. Also deswegen werde ich einfach warten, weil ich will nicht unbedingt rausfinden, was ähm, im Test Branch jetzt alles geändert worden ist, sondern ich will da direkt drauf gucken und, äh, sehen, was man da so gemacht hat. Und ich hab mich, weswegen ich heute auch erst so spät online gekommen, ich hab mich ein bisschen in, ähm, in Echo geguckt. Ja, äh, warte, ich hab den Multiplikator für Erfahrungswerte jetzt auf zwölf gestellt. Und das war ne, in der Community haben die beschrieben, das ist noch schwer, aber nicht zu schwer und man kommt langsam voran, aber nicht zu langsam. Also man hat so einen stetigen Flow und das wird auch empfohlen für, äh, zwei Spieler. Weil man dann trotzdem noch so ein bisschen Spezialisierung machen kann, aber nicht unbedingt muss. Und, äh, ja, das hat sich richtig nice angehört. Öh, öh, öh. Öh, öh. Öh, öh. Öh, öh, öh. An die Festung. Kann der hier auch Währung? Kupfer, Erz, Papier, graue Faden, Holz. Erfolgschancen 17%. Ja, nehmen wir das. Nice. Beanspruch. Beanspruch. Yet another accomplishment. Kruft Bodenbelag. Okay. Okay. Oh. Ähm. Mit Steam-ID meinte ich deine. Äh, weil ich auf sicher, äh, auf sicher sicher gehen will. Auf... Oh mein Gott. Ich wollte sicher gehen. Und zwar ist, äh, no Whitelist an und, ähm, ich wollte noch ein Passwort einstellen. Dass man halt... Safety first. Dass da nichts kaputt gehen kann. Und ganz, ganz schlimm, kann ich sagen, ist... Wenn man, äh, äh, wenn man auf Steam-Finder, Steam-ID-Finder geht und dort, äh, seine Steam-ID sucht und dann rausfindet... Was so der Dollar-Wert von seinem Account ist. Das ist... Das ist... Pro... Tösch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will nicht gegen Tristan kämpfen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 hier könnte man natürlich auch farmen da könnten wir das nämlich einfach in das in die forschungsstation schmeißen und vielleicht nach und nach ich würde mal sagen wie ein richtiger untoter kämpfen wir mit der sense auch Oh. Ok. Oh. 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 Oh Gott. Und Bettstein. Jau. Das hört sich, also Montag hört sich sehr gut an, weil da kann man da ein bisschen reinzimmern. Und dann kann man da vorher noch die Details hier sprechen. Oh Gott. So. Also bei mir ist eher das Problem, dass ich zwar jeden Tag online sein kann, aber ich muss morgens immer früh aufstehen wegen der Arbeit. Das nächste Mal Urlaub ist im August. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich werde dich wegschrauben. Ich werde dich wegschrauben. Ich werde dich wegschrauben. Ich werde dich stärker fühlen. so. ich denn irgendwie? Naja, natürlich nicht. Das ist doch blöd. Keine Münzen bekommen, auf wo wir dieses komplette Lager auseinander genommen haben. Ach ja, äh, Manni, wie weit hast du in Echo reingeguckt? Oder einfach nur geguckt, ob du starten kannst. Okay, und in den letzten Tagen gar nicht? Ja, den Kometen mache ich auch immer aus. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Weil ich habe doch gestern was entdeckt und habe extra was von der Arbeit mitgenommen, was so grundbescheuert ist. Warte, das muss ich zumindest einmal zeigen, dass ich finde, das ist so bescheuert. Warte. So. Ah, fuck. Falsches Spiel. Da. So, warte. Einstellung. Das hier. Ich habe mir eine zweite. Und man kann halt auch sowas machen. Ja. Und jetzt habe ich hier oben zwei Webcams. Das Problem ist nur, ich habe das mit den Einstellungen hier von den, äh, also der redet zwar, aber macht den, äh, Mund nicht richtig auf. und ich habe keine Ahnung, je weit man das, oder wie man das einstellen muss. Ob man die Expression Dictarial also das ist total bescheuert, weil der bewegt halt nur den Bart. Ja. Also, das geht relativ, aber dem, bl 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 bl. Ja, oder? Also, auch wie gut die Grafik hier mittlerweile funktioniert, nur die grünen Punkte sind halt ein bisschen seltsam, aber, dass der wirklich nur den Bart befiegt. Äh, ja. So, vielleicht. Ja, ich weiß, ich habe dann nichts gemacht. Vielleicht filmen wir den. Das sieht so seltsam aus, die Gesichter. sehr. So. Auch wenn man jetzt redet, der macht halt nur diese Mundbewegung und nicht, ja. aber erst mal guten Abend. Ähm, ja. Was ich halt cool finde, ist halt, der kann auch gleich beide Finger, äh, Hände finden. Und halt auch, ich glaube, der hat echt total die Probleme mit Brillen. Ja. Aber ich finde die Animation gut. das erkennt er halt. So einigermaßen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es an der Kamera liegt oder, 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 weil die ist so ein bisschen low bob. Ja. Also, ich glaube, der erkennt nämlich den Bart als Oberlippe. Ja, da wollte ich noch gucken, aber das fand ich ganz lustig. und ganz schlimm ist auch dieses Gaze-Tracking. Alter, das ist kacke. Ja. Also, da kann man so richtig creepy Kram mitmachen. Vor allem den. Also, der erkennt eindeutig den Bart. Ja, aber sonst funktioniert das echt gut. Also, da muss ich wahrscheinlich nochmal mit der Kamera ein bisschen rumspielen und gucken. das ist auch nicht rumspiel, der erkennt Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott! Oh Gott! Sie kann Leute wiederbeleben? Oh Gott! 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 I will show you DISCIPLINE! SHINING BLESSINGS! Das ist mein Verwaltung. Aaaaaah, Gott sei dank! Also gegen Heilige zu kämpfen ist ja mal unangenehm. Yeah! So, und was habe ich jetzt bekommen? Ich kann Fäden herstellen. Wow. Handwerkstisch, das sieht gut aus. Oh Gott. So. So, du kannst 1,2 oder mehr sehen. So, zwischen Chat hin und her switchen. Ah. Okay. Ah, okay. Ja, ähm. Okay, ja, ich habe nicht nachgedacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Okay, das war's. 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 Nice. Das war's. und... Glas haben wir. Das war's. Das war's. Oh, das war's. 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 Okay, dann... Das war's. 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 Nice. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 So. Oh. Oh. Das war's. Asgard. Das war's. 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 Okay. Oh. 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 Das war's. Oh. Oh. Das war's. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, so Okay, so This will not work So Oh, Tuch, okay Gnadenlose Eisenpeitsche Teppichsammlung, wow Okay, die könnte man dann Shreddern Okay, so Okay, so Okay, so Erholen wir uns hier Fäden Okay, so 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 Wollen wir nochmal eben Kopf verbarren. Wollen wir nochmal auf. 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 Oh, ich kann ein Rezept freischalten. Nice. Wow. Steinornament. Okay. 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 So anyway, okay. 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 Ich kann es hier nicht bauen. Ich versuche das... 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 Ich versuche... Ich versuche... Ich versuche das... Ich versuche das... Ich versuche das... Ich versuche... Ich versuche das... Ich versuche das... Ich versuche das... Ich versuche das... Ich versuche... 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 ... Ich versuche... 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 Ja. Oh. Eigentlich müssen wir noch Holzfarm. Ja. So, wo treibt die sich rüben? Die wurden sehr weit entfernt. Hängespiegel, Blutrosendrank. Heiliges Widerstands. Okay, dickes Leder, Gerbergestell. Geomanten. Hier oben kann ich nichts. Echt, ich müsste ich mal gucken. Oh. 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 Was ist das? Das war's für heute. Oh, da ist ein Teleporter. Nice. Steinpass. Steingolem. 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 Okay. Nice. Okay. Okay. Normale Edelsteinadern. Okay. 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 Quarzstein. Oh, da wird die sein. Oh, god. Oh. Oh. Okay. Das war's für heute. Oh, Kupfermunzen. Oh, ja, Schurke. Damit ist es bedeutend besser. Müsste ich mehr Schaden machen. Oh, Truhe. Oh, Truhe. Oh, Truhe. Oh, mein Gott. 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 Okay, die ist anstrengend zu bekämpfen. Oh, mein Gott. 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 Das war's für heute. Okay. Haben wir hier irgendwas in der Nähe, was... Das war's für heute. Das war's für heute. Oh-oh. Ich will keinen Sonnenaufgang haben. Oh. Wie komm ich da rein? Okay, da. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Kann ich hier auch irgendwas sammeln oder kriege ich hier nur Schaden? Was bringt denn die heil? Bringt Schaden. Okay. Anhänger, oh oh. Okay. 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 Das war's. Das war's. Wir gucken, ob wir dann noch mehr von irgendwie bekommen. Das war's. 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 Okay. Erkunden des Friedhofes mit heiligen Leuten in der Gegend. Okay. Hier müssen wir schnell weg. Die sind ein bisschen zu stark. Die sind ein bisschen zu stark, alle. So. So. Fünf. Fünf. Hab ich da, hab ich, hab'im, habe ich, hab'n... Wow. Schreie Ab wieder in die Heimat So eine große Überlegung ist ja eigentlich mal zu gucken Ob man irgendwie einfacher Holz Farmen kann So 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 Edelsteinstaub Sauber Oh So Wir brauchen noch mehr Eben noch Sachen anpflanzen So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier rein, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott Ok Hier auch Oh Oh Gott Okay. So und kann ich irgendwo... Oh! Oh! Jetzt können wir sehen, was die hier haben. Blutseelen aus dem Schattenreich. Okay. Oh! Pistolen. Urban. Fortgeschrittene Blutpresse. Steintreppe mit Holzverkleidung. Hm. Juweliertisch. Der hier macht Ausrüstungslager. Lager für Waffenführer sind für Juwelen. Breiter Schlosseingang. Schmiede der Ahnen. Radiumlegierung. Okay. Dann fängt Akt 3 an. Haui. Okay. 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 Hier, wir heißen so gleich noch in die Schredder. Leider nicht. Okay, schade. Oh. Gnadenlose Kupferaxe. Okay. Ähm. 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 Schrägpilz. Hi. A little bit, but if you want to sell me something for stream or something like that, I'm not interested. So. 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 Dann verfolgen wir Bane die Schattenklinger. Wo ist denn Bane unterwegs? So. 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 Hilfe! Wo treibt er sich denn rum? Da sollte es sein. Oh. 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 Wow. Ländlicher Warenhändler, den will ich noch ansprechen, und ländlicher Buchhändler. Bibliotheksboden, Sortiment von Lagerschränken, okay, Anhänger, klar, oh, okay, das heißt wir müssen Sachen farmen. Bärenkopf, Holzkopf. Schreie! 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 Das war's für heute. So, und was kriege ich jetzt von dem hier? Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Cool. Man kann kurz schon überfallen. Okay. Okay. Die bringen ja richtig was. Ab nach Hause. Oh-oh. Oh-oh. Okay. Oh-oh. I want to bein' you. Oh-oh. Okay. 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 Das war's. My blood reserves run low. My blood reserves run low. Okay. Das können wir dann später. Oh. Wie viele Kupfermützen wir bekommen haben. Ich hatte schon Panik. Das war's. Das war's. Dann schmeißen wir die hier eben rein. Das war's. 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 Okay. Dann hier nach oben in das Studierzimmer. Alles nehmen. Wandpaneele. Oh, gnadenlose Eisenpist... Ja, okay, kann ich nur nicht... Templer. Okay. Laufen wir einmal zu den Händlern und gucken mal, ob wir da irgendwas kaufen können. Aber kann man mit den Sachen eigentlich teleportieren? Münzen kann man teleportieren. Okay. Okay. Mitra... Okay. Okay. We got you something special. Wanna trade? Okay. Okay. Eich im B-Boden. Prin district? Okay. Juhu. Snapchat. Okay. Flop. Was ist das? 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 Oh Gott, was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh, 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 oh Minecraft Regrowth Verdammt Irgendwie habe ich gerade wie Rising ein bisschen zu viel gezockt Irgendwie fehlt da was indie wonder wird so war die w w Das meinst du, oder? Also, gespielt habe ich das noch nicht. Hm. Das sieht komisch aus. Könnte daran liegen, dass das die ganz alten Packs sind. Aber ich habe hier Crash Landing gespielt. Ja. Ich glaube, das war das. Das war auch ganz lustig. Um. Das war auch ganz lustig. Ja, das glaube ich, dass das... Also, diese Survival Aspect Mod Packs, die haben echt Spaß gemacht. Aber irgendwie dadurch, dass sie nicht mehr auf aktuellem Stand sind, ist man so dieses aktuelle... Diese aktuellen Zusatzsachen echt hart gewöhnt. Und... Ja. Also, ich glaube, das wird mir fehlen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, wir sind gelandet. Okay. Okay. Now please try to disassemble the space capsule. Click the right mouse button to proceed. To collect resources like wood or gravel, click the right mouse button as well. In addition, you can hold shift and click the right mouse button on each of your targets to give a series of commands. Some items are found after disassembling the space capsule. Click on the inventory button at the bottom right corner of the screen to open and check. So, wie viel ist, oh holy kack. Yeah. You can hold the middle mouse button to rotate the camera or scroll the mouse wheel to zoom in the middle of the screen. If you need help, press G to open the guidebook for detailed instructions. Replication complete. Replication complete. Replication complete. You've obtained a mining machine. Replication complete. Hold R to rotate the mining machine. Replication complete. The more veins it covers, the higher the output. Replication complete. To ignore grid snapping, hold shift. Replication complete. You have an unpowered production facility. To make it run normally, place it within the power grid coverage and make sure power is supplied. Insufficient items. Click on the replicator button at the bottom right corner of the screen to open the replicator and manually replicate the required items. You've built your first power transmission facility, a Tesla tower. It can help you transmit power wirelessly over a short range and extend the power grid coverage. Click on it to view more details. Replication complete. Replication homemade. Replication complete. Replication complete. Replication complete. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. So. Craft. Uh. Was ist das denn? Milestones. Metadaten. Oh. Achievements Performance Test. Achso. 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 Oh. Okay, ich habe mein Schiffman bekommen. So. 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 Das war's für heute. Du hast einen Archsmelter gebaut. Wie kann ich denn entfernen? Oh. Du hast einen Recipe desigert. Replication complete. Once a recipe is configured, press less than key to copy the current recipe. Pressing greater than key will paste the same recipe to the next building. Insufficient materials. Insufficient materials. Once a recipe is assigned, use less than key to copy the current recipe. And greater than key to paste the recipe to the next building. Replication complete. Replication complete. Replication complete. So. You've built a depot for storing items. You can manually store items or use a sorter to automatically access items. Replication complete. Replication complete. Squeeze. Depots, storage tanks and splitters. Insufficient materials. Insufficient Materials Insufficient Materials Oh, und wie viel Spaß macht dir das aktuell? Genau, hatte ich auch ganz kurz gespielt, aber irgendwie war der Anfang irgendwie ein bisschen wieder komisch. Keine Ahnung, was das war. Moin und Prost. Ich habe es zwei Jahre nicht angepackt. Ja, ich habe das zwischenzeitlich zu oft angepackt, wodurch das glaube ich zu diesem komischen Gefühl kam, dass man da irgendwie nicht so recht Lust hat. Boah, gute Frage. Replication complete. Replication complete. Use a sorter. There are two types of facility ports. Connection ports and bridge ports. Connection ports are only compatible with conveyor belts, while bridge ports are only compatible with sorters. If a conveyor belt can't connect to a facility, try a sorter. I think that's on the middle region, right? Da, da wo es ein bisschen dunkler ist und diese silbernen Sachen zu sehen sind. There's a small mouse button to rotate the camera. Hold the right mouse button to roll the camera. Press N to align the camera to the North Pole. In the Plymouth Head, scrolling the mouse wheel also enters the start-up. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Replication complete Research complete Ah, ja, da war ja was mit dem Eis Genau Ah, super Research complete Ah, ja, da war ja Ah, ja, da war ja Ich glaube ja Ja, aber die Ah, war Indium nicht da, wo Äh, der Wasserfall ist Also dieser Staubwasserfall Insufficient materials Das war ja, da war ja Replication complete Äh, ne, ich hab noch kein Discord Eingerichtet Das wollte ich die Tage mal machen Das war ja, da war ja Ah, okay Wusste ich nicht Ist ja mal interessant, ne? Das war ja, da war ja Ja, da war ja Ich glaube, einige Sachen haben sie überarbeitet Und Die haben ja Viele neue Regionen hinzugefügt, oder nicht? Das war ja, da war ja Das war ja, da war ja So So Replication complete Ja, da war ja Ja, da war ja Ja, da war ja Das war ja Ja, da war ja Und Ich bin Was Ja, ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Das ist gut. Replication complete. 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 Oh. Replication complete. 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 Okay, I have no idea what I have done. Replication complete. Okay. 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 Replication complete. Okay. 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 So, okay. Okay. Das ist mein Bohnen. 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 Okay. Das ist mein Bohnen. 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 Oh. Oh. Das ist mein Bohnen. Das ist mein Bohnen. Das ist mein Bohnen. Das ist mein Bohnen. Woher kriege ich dann... Das ist mein Bohnen. 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 Das war's für heute. Okay, so. 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 Oh. Okay, so. 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 , Okay, so, Okay, so. 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 Okay, so, okay, so. Okay, so, okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. habe ich, so. Okay, so. Das ist, okay, so. Okay, so. Okay, so, okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so, okay. Okay, so, okay, so. Okay, so, okay, so. Okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, okay. Replication complete. Replication complete. Oh, wurden komplett weggemäht. Okay, nice. Replication complete. Replication complete. Replication complete. Replication complete. Replication complete. Okay. Battlefield Analyse Base. Oh, God. So, was brauche ich denn für Stahl? Oh. Oh. Eisen. 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 Eisen, 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 Eisen. Dann nehmen wir hier einfach... Irgendwie drei Stück. Oh, ich habe überhaupt kein Eisen mehr. Okay. 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 ые Creator regulaut hamper. Oh, okay. Talking to an Allies team. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Well done. Play to go... I'll catch you in the back. Upload. 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 You've unlocked Energy Shield. It can resist all damage from enemies and protect all facilities within its radius. Energy Shield requires MECA's core energy to charge. The charging speed depends on the current fuel chain or power generation. As well as the MECA's current energy... Ah, God. Once the shield's power is exhausted, it takes some time to restart. Your home base has grown. Now you can click the statistics panel button at the bottom right corner of the screen to view statistics. Including the production and consumption of each item and power data. This data can help you manage your home base. Oh. This is not a big one. This is not a big one. Up. Highly Gasiness... Ground flathead... It's not a big one... The teleportナ��... We have to mention the outside. One is the outside. New tech... Are you looking for a boa effort? Okay, dann holen wir mal eben Beton. Oh, Solar. Okay, Prozessor. Die Blueprints. Great. Und damit haben wir das jetzt gleich planiert. So. Ah, geil. Okay. 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 Replication complete. Nice. So, das wollte ich jetzt mal gucken. Armour customization. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh heavy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ich kann den auch noch anpassen. Ach du Kacke. Oh my god. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Upgrade complete. Was für ein Problem hast du denn da? Was für ein Problem ist, was für ein Problem ist, was für ein Problem ist. Oh, ja, da kannst du nur TNT nehmen. Da gibt es aktuell keine Möglichkeit, das irgendwie frei zu machen. Ähm, es kann sein, also die arbeiten ja jetzt gerade an... Äh, Moment. Also Foundry hat ja hier... ...What's Next rausgehauen. Und, äh, die wollen als nächstes in den nächsten Wochen und Monaten an Content-Updates arbeiten. Aber was sie jetzt schon als erstes gemacht haben, ist Quality-of-Life-Updates. Das heißt, es kann sein, dass ich, äh... ...dass du da, äh, Sachen raushauen kannst. Also so zum Beispiel Bohrer oder sowas, dass das dazukommt. Das kann ich mir vorstellen. Hotz ist geil. Vor allem die Stack-Size. Das ist richtig, richtig gut. Aber das werde ich mir mal morgen angucken, weil für heute... ...will ich Feierabend machen. Ich bin übelst müde. Und morgen... ...muss ich leider babysitten. ...ja, und das wird lustig. Ist das einfach nur in der Config-File drin rumarbeiten? Okay, ja. Danke, also ich wünsche euch auch einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Und dann auf jeden Fall bis morgen. Ich will mal gucken, wann der Lütsche abgeholt wird. Au, krass. Okay, also direkt in vorn. Das muss ich mir mal angucken, auf jeden Fall. Und, äh, mein Neffe passt auf mich auf. Der zockt dann mit mir irgendwas auf der Playstation. Ich hab an Resident Evil oder Silent Hill gedacht. Ähm, das ist, glaube ich, passend für einen Neunjährigen. Hehe, nee. Also, für einen Elfjährigen geht das schon, ne? Ein bisschen Resident Evil oder sowas zu haben. Das geht schon klar. Hahaha. Ja, nee. Ähm, nach diesen unpassenden Kindererziehungstipps, äh, würde ich jetzt Feierabend machen. Ähm, genau. Genau, und dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht. Und, ähm, ich werde berichten, wie verstört mein Neffe ist. Genau. Ja, und dann, ähm, hab noch einen schönen Abend. Und, äh, ja. So, wir würden uns dann morgen sehen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau wann, aber... Zeit nach hoffentlich, hoffe ich. Ähm, und dann gucken wir mal. Ich denke aber so, was hat meine Schwester gesagt? Gegen... Nachmittags. Das ist so ein weltweiter Begriff zwischen, äh, 13 und 18 Uhr. Ja, also. Macht's gut. Danke fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Tschöriö und auf Wiedersehen. Ciao. Tschöriö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020